Jetzt kommen wir wieder zu einem Song vom Vorgängalbum Deiner Minds von 2019. Und da geht es um das, es ist eine Hommage an die Natur, da gibt es in den Hohen Tauern einen Ort, der sich vor vielen Jahren gegen das Goldschürfen mit Chemikalien aus den Bergen entschieden hat, sondern für das echte Gold der Natur. Und dem haben wir einen Song gewidmet. Tauerngeist! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018